Hey Leute, kann der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Sturm auslösen? Vielleicht ist dieser kleine Luftstoß der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Wie sensibel reagiert unsere Welt auf Veränderungen? Jeden Tag treffen wir Entscheidungen. Bewusst oder unbewusst? Oft sind es triviale Entscheidungen. Was esse ich heute zum Mittag? Schreibe ich noch kurz eine Nachricht, dass ich drei Minuten zu spät komme? Und welches Buch lese ich heute Abend? Dinge, die im Normalfall schnell wieder vergessen sind und keinen allzu großen Einfluss auf unser Leben haben. Manchmal sind diese Entscheidungen auch schon größer. Wo machen wir dieses Jahr Urlaub? Und soll ich mir jetzt schon das neue Auto kaufen? Und ab und zu treffen wir die wirklich wichtigen Entscheidungen. Und spätestens hier kann es passieren, dass man irgendwann, vielleicht erst Jahre später, stehen bleibt und sich fragt, was wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte? Wo würde ich jetzt stehen? Was macht mein alternatives Ich gerade? Was wir aber nicht sehen, sind die kleinen Entscheidungen, die unser Leben tagtäglich verändern. Welche Auswirkungen hatte es, dass ich heute fünf Minuten länger liegen geblieben bin, weil ich einfach so müde war? Vielleicht gar keine. Aber vielleicht bleibe ich auch deswegen im Stau hängen, den ich sonst gerade noch so umfahren hätte. Wer weiß, vielleicht entgehe ich deswegen einem tödlichen Unfall. Oder ich verpasse einen wichtigen Anruf und verliere einen Kunden und die Firma muss dicht machen. Das ist der Butterfly-Effekt. Der Effekt, dass ein komplexes System wie unsere Welt auf die kleinsten Veränderungen sehr empfindlich reagieren kann. Dass zum Beispiel der Flügelschlag eines Schmetterlings nur durch eine lange Kettenreaktion, die sich immer weiter hochschaukelt, am anderen Ende der Welt einen Sturm auslöst. Ein Pendel, wie dieses hier, zeichnet willkürliche, zufällige Muster. Aber eine Sache ist besonders interessant. Es ist von seiner Startposition unglaublich abhängig. Die kleinsten Änderungen der Pendel zu Beginn führen schon nach wenigen Sekunden zu komplett unterschiedlichen Mustern auf dem Papier. Die Beziehung zwischen zwei Pendeln ist so empfindlich, dass selbst Supercomputer ihre Bewegungen höchstens ein paar Sekunden vorhersagen können. Es gibt einfach viel zu viele Einflussfaktoren. Im Jahr 1998 wurde dieses Gebetsbuch eines Mönchs aus dem 14. Jahrhundert für 2 Millionen Dollar versteigert. Das Buch enthielt augenscheinlich nur christliche Gebete. Gebete, die es auch in tausenden anderen Büchern zu lesen gibt. Was macht dieses Buch also so wertvoll? Der anonyme Käufer ließ das Buch wissenschaftlich analysieren. Es wurde mit verschiedenen Lichtwellenlängen gescannt und durchleuchtet. Und was unter den Gebeten zum Vorschein kam, war unglaublich. Es waren detaillierte Rechnungen und Skizzen von Archimedes, einem der bedeutendsten Mathematiker der Antike. Nachdem Archimedes Skizzenbuch vor 2200 Jahren verloren ging, tauchte es anscheinend im 14. Jahrhundert in einer Mönchbibliothek wieder auf. Aber anstatt den unglaublich wertvollen Inhalt aufzubewahren und zu veröffentlichen, kratzte der Mönch die Tinte vom Papier, drehte es um 90 Grad und schrieb seine Gebete darauf. Heute wissen wir, dass Archimedes auf diesen Seiten die Grundlage dafür schuf, Differenzial- und Integralrechnung betreiben zu können. Etwas, das erst im 17. Jahrhundert, 1800 Jahre später, von Leibniz und Newton geschafft wurde. Was wäre, wenn Archimedes der Durchbruch gelungen wäre? Oder wenn zumindest im 14. Jahrhundert dieser Mönch seine Schriften nicht beinahe vernichtet hätte? Wären wir als Menschheit jetzt weiter? Hätte die industrielle Revolution mehrere hundert Jahre früher eingesetzt und wir würden heute schon andere Sternensysteme bevölkern? Wer weiß das schon. Das ist die Sache mit dem Butterfly-Effekt. In unserer Welt kann so viel passieren, alles beeinflusst sich gegenseitig. Es ist unmöglich vorherzusagen, was passieren wird. Vielleicht wären wir als Menschheit schon viel weiter, oder vielleicht ist es auch genauso gekommen, wie es kommen musste. Was ist, wenn Archimedes einfach vor seiner Zeit war? Viel zu früh mit seinen mathematischen Berechnungen. Es gibt ein interessantes Phänomen, das genau dafür spricht. Isaac Newton und Gottfried Wilhelm Leibniz hatten im 17. Jahrhundert unabhängig von Archimedes die Infinitesimalrechnung erfunden. Aber sie haben sie auch unabhängig voneinander erfunden und das beinahe zeitgleich. So zeitgleich sogar, dass zwischen den beiden ein Streit darum entbrannte, wer es zuerst geschafft hatte und welchem Land somit die Leistung zuzuschreiben ist. Charles Darwin gilt heute als der Vater der Evolutionstheorie. Aber Alfred Russell Wallace hatte mehr oder weniger die gleiche Idee zur selben Zeit. Und Alexander Graham Bell und Elijah Gray reichten am selben Tag eine Patentanmeldung für das Telefon ein. Die Geschichte zeigt uns, wenn jemand etwas Bahnbrechendes entdeckt, das den Fortschritt der Menschheit nach vorne treibt, gibt es häufig andere, die auf demselben Weg sind und gerade dabei waren, sehr ähnliche Ideen umzusetzen. Es ist ein so häufig auftretendes Phänomen, dass man ihm einen Namen gegeben hat. Multiple Discovery oder auf Deutsch mehrfache Entdeckung. Es gibt eine Wikipedia-Liste mit über 200 Einträgen, in denen mehrere Menschen beinahe zeitgleich die gleichen Entdeckungen machten. Vielleicht ist es also durch den Fortschritt der Menschheit vorgeschrieben, wann welche Entdeckungen gemacht werden. Da Vinci war mit seinen Erfindungen wie Helikoptern und hydraulischen Brücken einfach seiner Zeit voraus. Die Gesellschaft konnte damit noch nichts anfangen. Und Dinge wie die Atombombe mussten einfach erfunden werden. Alle Puzzleteile waren vorhanden und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie jemand zusammensetzte. Wie dem auch sei, die Geschichte ist so gekommen, wie sie gekommen ist und liegt jetzt unveränderbar hinter uns. Alles, was wir machen können, ist uns bewusst zu machen, dass alles, was wir tun, einen Effekt auf alles andere haben kann. Mein Video hat euch jetzt gerade fünf Minuten lang beschäftigt. Hätte ich das Video nicht gemacht, dann würdet ihr jetzt gerade alle etwas anderes tun. Vielleicht würdet ihr für die nächste Klausur lernen und deswegen keine schlechte Note schreiben. Oder vielleicht würdet ihr einfach nur ein anderes YouTube-Video gucken. Was auch immer ihr tut, ich habe auf jeden Fall gerade die Welt verändert. Und keiner kann sagen, welche Auswirkungen das hat. Bis zum nächsten Mal.